Sie sehen Wahlwerbung der Christlich-Sozialen Union, CSU. Für den Inhalt ist die Partei verantwortlich. Mein Name ist Paul Leriter, ich lebe mit meiner Familie in Gaukundigshofen. Seit 2005 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages und kandidiere auch in diesem Jahr wieder für ein Direktmandat. Es ist mir eine große Ehre und zugleich hohe Verantwortung, als Abgeordneter für den Wahlkreis Würzburg, Stadt und Land, entscheidend an den politischen Weichenstellungen mitwirken zu dürfen. Ich möchte, dass auch die nachfolgenden Generationen in einem so lebenswerten Land leben können und mich auch in den nächsten vier Jahren im Bundestag für unsere Heimat einsetzen. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Sie sahen Wahlwerbung der Christlich-Sozialen Union, CSU. Für den Inhalt ist die Partei verantwortlich.